Hallo, arianacademie.com, pko-formel, was ist die pko-formel und wie wende ich sie an? Wenn wir eine quadratische Gleichung oder Funktion haben, quadratische Funktion haben und die Nullstellen von dieser Funktion bestimmen möchten, das heißt für x eine Zahl einsetzen, zum Beispiel 1, dann haben wir 2 mal 1 zum Quadrat plus 4 mal 1 plus 1, am Ende die Summe, das Ergebnis muss gleich 0 sein, welche Zahlen wir für x einsetzen können, damit diese Summe am Ende gleich 0 ist. Also diese Lösungen werden wir mit pko-formel bestimmen. Es gibt noch eine andere Formel und zwar, die Mittellastformel sieht ein bisschen anders aus, hat auch dieselbe Funktion wie pko-formel, also wird angewendet, um die Lösungen einer quadratischen Gleichung zu finden. So, erstmal pko-formel. Am allerersten Stelle müssen wir wissen, dass die Funktion diese Form haben soll. x² plus px plus q gleich 0. Das heißt, hier davor, vor x² muss hier keine Zahl stehen. Hier haben wir 2 zum Beispiel, 3 falsch. Müssen wir das ändern, damit vor x² keine Zahl steht. Wenn vor x² keine Zahl steht, ist die Zahl vor x gleich p und die Zahl, die allein steht, gleich q. Dann haben wir alles, können wir hier einsetzen in diese Formel und so können wir die Lösungen bestimmen. So, jetzt kann ich direkt die pko-formel anwenden bei dieser Gleichung. Nein, warum? Weil wir hier 2 haben. Wie gehen wir vor? Teilen wir durch 2. Ganz einfach. Dann haben wir 2 durch 2, 1, 1 zum Quadrat, 1 mal x² gleich x², 4 geteilt durch 2, 2, 1 geteilt durch 2, 1,5. Jetzt sagen wir einfach, p ist gleich, p ist die Zahl, die vor x steht. Hier, vor x steht, die Zahl plus 2. Ganz wichtig, hätten wir hier minus, wäre p gleich minus 2 gewesen. Also, d, p ist gleich 2 plus 2 und q, die Zahl, die allein steht hier, plus 1,5. Ganz wichtig, plus. Nun setzen wir in die Formel ein und die Sache ist erledigt. Eine quadratische Gleichung, hoch 2, hat maximal 2 Lösungen. Also, das kann sein, dass die Gleichung keine Lösung hat. Das kann sein, dass die Gleichung eine Lösung hat, aber maximal 2 Lösungen, weil wir hier hoch 2 haben. Hätten wir hoch 3, hätten wir maximal 3 Lösungen. Maximal. Das kann sein, dass wir 0 Lösungen haben, 2 oder 3. Die Formel musst du entweder auswendig lernen oder es steht in deiner Formelsammlung. p halbe, p 2 halb, plus minus, das heißt, wir müssen einmal für plus berechnen und einmal für minus. p halb, p ist gleich 2, 2 halb zum Quadrat, minus q, q ist gleich 1,5. Setzen wir ein. 2 geteilt durch 2, 1, 1 zum Quadrat, gleich 1. 1 minus 1,5, gleich 1,5. Dann haben wir einmal x1, gleich, sagen wir mal hier einmal plus und hier einmal x2, gleich, weil wir hier zwei Lösungen haben, ist 2 gleich minus. 2 geteilt durch 2, 1, dann haben wir ein minus hier, dann haben wir hier minus 1, dann haben wir hier auch minus 1. minus 1 plus Wurzel aus 1,5, das kannst du mit deinem Taschenrechner ungefähr berechnen und hier x2 gleich minus 1, minus Wurzel aus 1,5. So, mit Taschenrechner ungefähr berechnen. Wie du siehst, ganz einfach. Hier kriege ich ungefähr minus 1,7, minus 1,7 ungefähr und hier kriege ich ungefähr minus 0,29. So, das kann sein, dass wir keine Lösungen haben. Wann haben wir keine Lösung? Wenn unter der Wurzel, unter dem Radikant, eine negative Zahl steht. Lass uns dann so machen, dann haben wir hier minus 1, dann haben wir hier 2 und machen wir hier auch 2. So, diese Gleichung. Durch zwei teilen, dann haben wir x², 2 geteilt durch 2, 1. Also, 1 mal x bedeutet, bedeutet gleich x und minus 1 geteilt durch 2, minus 1,5. P ist in diesem Fall gleich. Vergleichen hier. P ist die Zahl, die vor x steht. Hier musst du auffassen, die Zahl vor x ist nicht 0, sondern 1, weil wir hier 1 mal x haben. Also, P ist gleich 1, Q ist gleich minus 1,5. Minus auch berücksichtigen, ganz, ganz wichtig. Und jetzt setzen wir ein hier. P, also 1 geteilt durch 2 plus minus P, halb, 1,5 zum Quadrat minus Q. Minus, minus 1,5. Minus, minus 1,5 ist gleich plus 1,5. Das musst du auch berücksichtigen, diese Minuszeichen immer. Unter dem Radikant ist in diesem Fall auch positiv. Das heißt, wir haben hier 2 Lösungen. Hier haben wir 1,5 insgesamt. 1,5 plus 1,5 kannst du Wurzel ziehen. Und dann minus 1,5 einmal plus dieser Wurzel und einmal minus dieser Wurzel. 2 Lösungen. Aber wenn wir hier plus 1 haben, hier, hat diese Gleichung keine Lösung. Ich zeige euch warum. Durch 2 teilen, dann haben wir x zum Quadrat plus x plus 1,5. Warum habe ich durch 2 geteilt? Weil x² immer allein stehen muss. So, jetzt P ist gleich 1, also hier haben wir 1 mal x. Und Q ist gleich plus 1,5. Also 1,5. Dann haben wir die Formel. Minus P, halb, minus Wurzel aus P, halb zum Quadrat minus Q. Dann haben wir P, halb, also 1 geteilt durch 2 plus minus 1,5 zum Quadrat minus Q. Hier haben wir minus Q. Und minus Q bedeutet minus 1,5. Richtig? So, dann haben wir hier 1,5 zum Quadrat gleich 1,5. 1,5 minus 1,5 gleich minus 1,5. So, unter dem Radikant, unter der Wurzel, eine negative Zahl, steht eine negative Zahl. Also, diese Gleichung hat keine Lösung. Kann sein, dass wir nur eine Lösung haben. Wann haben wir eine Lösung? Richtig. Wenn unter der Wurzel die Zahl 0 steht. Warum? Dann haben wir einmal minus 1,5 plus 0 und einmal minus 1,5 minus 0. Also, plus minus 0 ist sowieso 0. Das heißt, wir haben nur eine Lösung. Die Wurzel fällt weg. Das kann auch passieren. Also, wir haben drei Möglichkeiten. Eine Lösung unter der Wurzel 0. Keine Lösung unter der Wurzel negativ, eine negative Zahl. Zwei Lösungen unter der Wurzel, eine positive Zahl. Und du kriegst von mir eine Aufgabe. 2. So, das ist deine Aufgabe. Das ist eine Gleichung. Du musst erstmal auf eine Form bringen, dass wir auf der rechten Seite gleich 0 haben. Wie machst du das? Ganz einfach. Hier machst du einfach minus 2 und dann diese 3 musst du loswerden und dann die Formel. Viel Spaß und viel Glück. Falls du Fragen hast, einfach kommentieren. Tschüss.